Also du riechst hier mit zu, dass du Clickbait betreibst, oder? Clickbait, ja. 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 Ist ja auch nichts Schlimmes, ja. Nee, 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 ja. Yo, Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute nochmal ein Video zu dem Beef mit Destroys. Und ja, wie schon einige, ich denke mal, einige gesehen haben, Destroys hat ein Video rausgebracht. Mit dem Titel Asozialer Owner. Ich hab's gerade nicht genau im Kopf. Wenn ich es gleich finde, dann binde ich es euch noch einmal ein. Auf jeden Fall sehr cool. Er hatte ein Video dazu gemacht, wie er andere Owner drauf anspricht, wegen Werbung und so. Und natürlich, welcher ist aber jetzt dabei? Richtig Skyliro. Und ich war mit dabei. Aber das meiste hat er einfach ausgelassen. Wie zum Beispiel, was er selber betreibt. Aber er macht ja selber Clickbait. Er faked die ganzen Videos. Das hat er alles in seinem Video rausgeschnitten, diese Sehnen. Und hat uns einfach schlecht dastehen lassen. Und ich zeig euch jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt, was so out of his Sehnen passiert ist. Und ja, es geht jetzt vielleicht nur 20, 30 Sekunden. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben sehr freuen. Okay, mein gut Deutsch. Ja, nice. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Hast du gerade eben gemacht? Jetzt lügt doch nicht. Ja, gerade eben. Ja, gerade eben. Vor zwei Sekunden habe ich hier noch im Chat stehen. Vor zwei Minuten. Oder zwei Minuten, oh mein Gott. Vor zwei Minuten. Dein Owner hat doch gerade gesagt, dass du aufhören sollst damit. Wann machst du denn das weiter? Hä, mein Owner? Ja, dein... Nein, nein. Ich habe ihm gesagt, dass er Werbung machen wollte. Ich weiß nicht. Nein, er hat ja auch Werbung gemacht. Ihr habt es ja gesehen. Kuchel, ich stand ja im Chat. Ich habe dich vorhin was ernst gemeintes gefragt und ich kann einfach keine Antwort. Deswegen spätst du, weißt du, was? Und deswegen spätst du dir zwei zäubervoll oder was? Ja, weil du mir immer noch nicht eine Antwort gegeben hast. Worauf denn? Also dann stelle ich einfach nochmal die Frage. Ob ich vielleicht YouTuber bei dir sein kann? Nee, bestimmt nicht. Ab wann ist denn, Johan? So Leute kriegen bei dir kein YouTuber. Ab wann ist denn? Das ist egal eigentlich. Ich habe da manchmal ein cool Genug ist bei uns. Nee, nee, weil ich habe 2k. Ja, Abonnenten sind egal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die gebe ich auch keinen YouTuber, weil das ist einfach asozial, das wusste man. Nee, das passt, das wollte man wohl wissen. Gibt es mal einen zweiten Account? Wannst du mal korrigs bitte rausmuchen? Der hat ein bisschen ADHS, glaube ich. Ja, hab ich. Warum?